Ich werde schnell müde, wenn ich von ZOMER sofort bin. Hier, ich habe gedacht, dass mein Live-Band alles auf einmal verbreitet. Ich brauche den Hilfe-Geier gegen Energie. Jetzt müssen wir ihn tappen. Wir spielen Tapping-Quest. Ja, ja, gleich. Jetzt haben wir erst mal noch ein bisschen Geld. Ja, egal, ja. Wenn ich mein Knisper-Knisper-Müßchen gehabt hätte, würde ich länger aushalten. Wie schmeckt das auch? Ich habe das nie gehört, aber wir werden dir jemanden bekommen. Mein Neuer im Shop. Heldenergie. Und geworben. Okay, der Beignis ist jetzt höher. Fantastisch. Ich brauche. Es ist ein heiliges Schwert. Das ist eine große Tradition der Müsli-Zwerge. Hey! Wir haben keine Ahnung. Schauen wir es in der Entfernung. Das ist neu. Wer will eine Lösung finden? Die Schaumig wäre... Schaumig wäre... Schaumig wäre... Schaumig wäre... Schaumig wäre... Wir haben müssen uns davon rausgehen. Die Schaumig wäre... Wir müssen uns davon ausgehen. Es muss ein bisschen renovertieren, hier in der Hand. Es muss ein bisschen Genü-Zwerge sein. Eine Lootbox. Oh Gott! Nein! Kein Lootboxen. Ich habe jetzt Ruhe gefunden. Lootbox? Ich bin sicher, sie ist voller fantastischer Schwätze. Nein, muss sie nicht. Es muss sich mit fantastischen Ebenen beitragen. Oh, wir können eine Million Coins gewinnen. Ich weiß bereits, was du anrufst. Oh, das ist ein Blutbox. Hurra. Hurra. Was ist das? Die Aero hat sich selbst bewegt. Und ich hatte nichts zu tun. Ich habe es nicht so viele Zeiten. Ich habe es nicht verraten. Sehr schön. Es ist dort. Ein bisschen zu viel. Wenn du in die Halle gemacht hast. Vielleicht haben wir tausend. Nein. Auf mir die Lootboxen. So. Nein. Ich habe eine Lange vergessen. Aber es ist ein Widersteuer. Das ist alles total. Ich habe wieder ein paar Minuten gelegen. Wir auch wieder ein paar Leute her. Alles Adämpferung. Das ist ein Widersteuer. Ich habe immer wieder. Das ist so. Wie kann unsere Heroin über diese Hälfte gehen? Ich meine hier ... ... mit goldenen Münzen, genau! Sehr gut, das Loch mit Münzen zu führen! Warum nicht? Ich sammle hier noch ... Ach, Kräcker! Eine Münze hat verloren! Ich hoffe, sie bauen stattdessen eine Brücke, weil ich nicht schlimm kann! Was für ein Shop? Das kann ich nicht machen! Nein, schnell ein Lutroß! Oh, kalt und ... Oh, mein Gott! Das ist tot! Das ist super cool! Super cool! Super cool! Super cool! Super cool! Der Blankett und eine Boil von warmen Milch wird bei dir sinnvoll sein, was du denkst? Bei Bauchen haben wir was unten Hacke, um da irgendwie etwas auszubekommen. Schild mitnehmen. Schild abreißender als Spitze benutzen. Jetzt haben wir wieder Super Cold. Tja, ich weiß nicht was das uns bringt. Der braucht Energie. Die Box. Was bringt das? Das muss vielleicht auf das andere kommen. Vielleicht eine Stützer für mich. Ich mache mir ein Fake. Nein, Kraft! Ein anderer von den Indie-Games, die verfolgt zu fallen. Ja, wie wir. Aha. Es gibt Ärger. Überrechtsverletzung. Okay, klöpfen wir uns den Spitze. Sehr gut. Sehr schön. Was machen wir jetzt damals? Wahrscheinlich das Super Cold. Aufkriegen. Keine Ahnung was wir dann dort kriegen, aber... Eisbrecher. Hier woanders Eis. Eis. Was ist das für ein Geräusch? Was ist das für ein Geräusch? Was können wir da rüber? Bestimmt nicht. Oh, ich bin auch nicht auf der richtige Ebene. Oh, okay, er hat es geschafft tatsächlich nicht. Hab ich nicht gedacht. Das Schwert ist nicht hier. Das ist das Ziel, was ich kaufen muss. Ich glaube, wir müssen wählen. Ich glaube, wir müssen bezahlen. Natürlich. Kann man nicht, wie das nicht in der Geschwätzlebens aussieht. Kann man nicht, wie das nicht in der Geschwätzlebens aussieht. Das ist mal genug Zeug sammeln. Kann ich noch entkicken? Ne, kann man nicht. Okay, hier. Ah, ich weiß schon. Ich weiß bescheid, was wir machen müssen. Hier. Das Dollar Schwert. Es ist ziemlich old school. Es ist super leicht. Nichts. Wir werden es versuchen. Das Schwert ist kaputt gegangen. An einem Busch? Hat das Dekor mit Brifosette behandelt oder was? Oh, hm. Hier ist etwas Neues in der Shop. Wie kann es gehen? Natürlich. Wir bringen das Schwert. 9,99 Euro. Aber der Preis ist in Dollar. Ah, hm. Du hast es, mit realen Geld aus... ...und... ...de realen Van итоге. Ich bemerke mich, User. Ich habe keine Begränsinnotu. Und ich habe keinen Geld an mir. Ich hatte bezahlen. Ich wurde rein. Oh, hm. Wofür muss ich das irgendwo in Dollar finden können. Oh, ja, wir stehen ja hier bestimmt. Oh, würde ich aber noch hin lesen. Oh, NEED sind. Oh, nein. Ähm. Oh. Was für eine anmutige Form. Was ist aus Plastik, oder? Wir werden es versuchen. Schon wieder kaputt. Schlangen. Wir müssen hier irgendwie zusammenkleben. Es ist jedoch eindeutig, dass hier das Ding gehört. Ich weiß, was sie tun, ist aber nicht wie. Kein Hinweis. Was sind die Formen, die Schwerter, ja. Das können wir nicht, wir können es nicht kombinieren. Wie können wir das nutzen? Ja, ist klar. Gib mir den entscheidenden Hinweise wie ich die kombinieren kann. Ach, warte. Das habe ich natürlich nicht probiert. Nicht halten, du sollst es nicht halten, also ich wollte es hier reinstecken. In dem... Und der kaputt. Der Zier ist klassisch, wird auf dem Gateball gefüllt von... Ach so, natürlich. Ich ziehe den Maximum raus. Na komm. Die Zier muss sein. Die Zier muss sein. Was machst du mit dieser Schwerter? Es ist kein Zeitpunkt, um die Dekoration zu sein. Oh, das ist lustig. Es ist wie ein Dollar-Sign. Sehr schön. Schwertes Leben. Es ist auf dem Podest. Es ist viel schwerer als die anderen. Es funktioniert. Das geht wieder. Na sorry, das war jetzt klar. Es ist schon wieder einfrieren, oder was? Oh nein. Es ist wieder von vorne, oder was? Aber, wir sind zurück zum Titelscreen. Haben wir alle unsere Leben benutzt? Diese freundlichen Pläne sind ein Ripp-off. Haha, ich denke, ich habe die beiden verbraucht. Die drei hier fortzulassen. Es ist ja angewunden als 1999. Und natürlich haben wir nicht unsere Super-Bag-of-Dollar. Wir bauen drei davon. Wir bauen noch zwei Wetter. Okay. Wir bauen noch einen. Hier. 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 Wir müssen nicht warten. Wir können immer spielen für dich. Wir spielen für frei. Wache, der Scheiß von vorne los. Ja, wir sehen uns wie wir ihn wieder brauchen. Wenigstens müssen wir die Möbelstücke nicht mehr kaufen. Dastać man den Buch. Eher. Hey, hey. Uteh, 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 uteh. Hey. Das braucht ja als Allied von Deutsch. Hey, hey. Hey, hey. Das ist nicht. Hey, hey. Das ist nicht. Das ist irgendwo. Das muss man ja ausschneiden. Ich mache nur Witze. Jetzt wo ich das Schwert des Lebens habe, das müssen die Prinzessinnen retten. Wir sind nicht hier, um Spaß zu haben. Ein Gründerwirtschafts-Starterpaket. Wenn wir was zum Schluss holen, müssen wir wahrscheinlich noch mal bezahlen. Deswegen sammle ich hier schon mal Geld. Besser Vorsicht. Der Weg zum Tempel ist endlich frei. Ach, verdammt. Alles, was bezahlt wird, ist einer dieser Lugentherren ein Kunde. Ich lasse mich nicht zu, dass jemand mich überkehrt. Außer du bist Pionier mitgeht. Und das bist du ja nicht. Ha, ha, ha. Vernichte dich ihn mit einem einzigen Schlag. Zuerst müssen wir zu ihm kommen. Das war's. Das war's hinter ihm. Der Topf. der Topf. Oh-oh. Das war's zu. Das war's Schwestern. Ich habe mir zu wenig von mir. Ich habe kaum etwas gespürt. Erstmal ein bisschen sammeln. Okay, wie sollen wir da rüber kommen? Vielleicht tut es doch noch ein bisschen weh. Vielleicht können wir das dann wieder runter machen währenddorf. Ich gehe da rüber. Sehr schön. Jetzt erhöhen. Verdammt. Fliegt. Es sieht nicht so aus, als würde er wieder runter kommen. Bis zur Unendlichkeiten noch viel weiter. Oh. Wir haben uns wieder verloren. Unfair. Fast auf Bombe. Oh, nicht. Das ist schon wieder. Jetzt sind wir beim Dimensionstempel. Ist das eine Todesfalle? Wahrscheinlich. Geh an. Geh rein. Ich werde dich sehen. Haha. Ich habe es. Es ist nicht zu einfach. Oh nein. Also, wie viel kostet es diese Zeit? Wie viel? Ein Millionen Coins? Ein Millionen Coins? Es wird eine Weile dauern, aber es ist machbar. Nein, nicht mit einem Tausender. Keine Weise haben wir eine Millionen Coins gefunden. Wir sind nicht in einer korenen MMO hier. Was? In der Fall ist der Fall. Was? Der Lootbox hat uns verloren. Wann ist das? Wann kommt das? Wann ist 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 das? Ach, als ob! Rapper... ...de Papa... Shake your body on Move Station 5 Okay, können wir ihn irgendwie kriegen? Können wir ihn irgendwie rausschütteln? Das ist mit der Bomber Juhu Wir haben das Paper Nur da hat zwar die Bombe da Och nein, nicht wieder rüber Verdammt Ich muss den Mann auf den Pimpel Ja, bitte Anspielung auf Pimpel Wieso? 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 Schleifchen Wieso? Geiles Spiel Paper Speed Ges Kuftvi Etwas Warte Wahü rawdę Ja, das wird man nicht Ich weiß, was wir zu tun haben. Wir ercheaten uns. Das Geld. Verdammt! Ich bin die Tausend voll. Mach's. Na komm. Nein! Verdammt. Treffen muss man können. Du kriegst eben losartig. Na komm. Du kochst. Verdammt. Ich weiß nicht mal richtig, wie man die benutzt. Verdammt. Nein. Dafür muss man können. Mit dem Pümpel. Verdammt! Stunden später. So. Ach Mensch. Geht los. Geht das denn gar nicht? Ich weiß nicht. Ja, aber wie? Im richtigen Moment tickt mir wahrscheinlich. Aha. Wir müssen nur rechtzeitig klicken, während das auf der... Das war jetzt... Verdammt. Nein. Es ist zu schnell. Es geht zu schnell mit den Millionen rüber. D. TTIP. DTTP. 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 Lass noch rein. quién ist denn das? Kom schon. Jetzt und jetzt... Naja... Da müssen wir's mal stoppen. Verdammt. Ja, wenn wir stoppen geht's langsamer. Sperra. zu langweilig wird jetzt lasst mich das ausgeben so hier aber ich habe genug münzen gefunden Du bist ein volles Heroin. Du bist sehr kraftvoll. 1-1. Die Barsoske sind hier schon bereit? Perfekt! 1-2. Die Barsoske sind hier schon bereit. 2-5. Die Barsoske sind hier schon bereit.